TTT, Titel, Thesen, Temperamente ist eine wöchentliche Kultursendung im Ersten, die abwechselnd von BR, HR, MDR, NDR, RBB und WDR produziert wird. In der Regel wird die Sendung sonntags um 23 Uhr ausgestrahlt. Nach Kurt Zimmermann, Karin Miuska und Evelin Fischer wird die Sendung seit dem 4. November 2007 von Max Mohr moderiert. Fischer vertritt ihn von Zeit zu Zeit. Ursprünglich wurden die Sendungen der jeweiligen Rundfunkanstalten unter einem eigenen Namen produziert. Um der Sendung einen einheitlichen Namen und Auftritt zu verleihen, wurde ein gemeinsamer Name eingeführt. Bei Umfragen unter den Zuschauern stach die Marke Titel, Thesen, Temperamente des Herr als bekannteste der Marken hervor. Seit dem 30. April 2006 tragen die Sendungen den gemeinsamen Namen. Die Sendung Titel, Thesen, Temperamente des hessischen Rundfunks ging am 4. Dezember 1967 als Nachfolgesendung des Literaturmagazins Ex Libris auf. Sendung Vorbild war die französische Sendung Chincolones à la UNE. Die anderen Rundfunkanstalten sendeten unter anderem den Kulturreport und den Kulturweltspiegel. Kontroverse Ein Beitrag der TTT-Redaktion des hessischen Rundfunks sorgte am 12. August 2007 für Aufsehen. In diesem wurde behauptet, der Sozialwissenschaftler und Unternehmer Jan Philipp Reemzma habe als Erbe der gleichnamigen Zigarettendynastie zur Familiengeschichte geschwiegen. Wörtlich hieß es. Aber über das Verhalten seiner eigenen Familie in der NS-Zeit will er, J.P. Reemzma, sich nicht äußern. Gegen diese Behauptung erwirkte Reemzma eine einstweilige Verfügung beim Hamburger Landgericht. Reemzma erwiderte darauf, die Tatsache, dass es Verbindungen zwischen meiner Familie und dem NS-Regime gab, ist keine Neuigkeit. Ich selbst habe mehrfach darauf Bezug genommen.